So ihr Lieben, ich hab's wieder hingekriegt. Das war gerade noch zu laut, wenn ich das leise mache. Ähm, wir müssen Pause machen. So, leiser. Aber geht so. Die Lautstärke auch, zack, leiser. So. Ich hab keine Ahnung, wo wir sind, an welcher Stelle. Äh, also es wird gleich spannend. Wenn wir hier mal gucken... Okay. Habe ich hier schon die Idee gehabt mit... Ich weiß nicht. Mann, Maus? Maus? Okay, Rot ist aber weg. Nein, ich hätte hier noch nicht die Idee mit, ähm... ...der Festung. Und so. Also hier hat man ja festgestellt, die Festung funktioniert bis da rüber. Ähm... Okay, das besitzen wir auch noch. Das wird ja gleich eingenommen. Dann schnell! Okay. Ähm... Hier. 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 Maus! So. Und... So. Und... Festung. Und Festung. Festung. Und Festung. Also es scheint, also für mich scheint es noch gar nicht so lange her gewesen zu sein, dass ich das letzte mal gespeichert habe. Wie gesagt, ich weiß nicht wann es war, ich habe da immer kein Zeitgefühl mehr. Weg damit, weg damit! So, aber hier rot war schon durch, okay. Ich muss wirklich kurz vorher gewesen sein, dass ich gespeichert hatte. Hier habe ich noch rausgeschmissen, okay. Hier. Ach, die waren noch nicht fertig, okay. Dann hier noch raus. Zack, 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 zack. Hier. Okay, müssen wir die alle wieder rausschmeißen. So. Hier oben ist aber schon der... Nee, okay. Die Verbindung ist da, aber... Warum? Hier war doch so schön Cola. Und daraufhin bin ich erst da unten auf die Idee gekommen. Also wenn es doch ein Stückchen her gewesen ist. So, okay, du warst das nicht. Dann warst du hier, dass wir die Fische liegen lassen, genau. Wenn denn aber da drüben die Verbindung ist, werden sie da die Fische auch. Und hier raus mit euch. Okay, eine andere selber weg. So, ihr dürft da aber hier oben rein. Militärgebäude besetzt. Das ist hier drüben. Das ist okay. Kohle gefunden. Das ist hier die, genau. Und eins ist verbraucht, wo ich schon wieder zu schnell gewesen bin. Wo ist das verbraucht? Was können wir das sein? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Gut, gut. Ähm, Steinbestände. Wo bist du denn? Ich bin ganz an der Seite. Ja. Der Bergweg ist verbraucht. Ja, das ist hier oben bei Lila, ne? Ja. Okay, und hier werden wir gerade angekommen. Ah, und, boah. Nicht so viele rausschicken. So. Angriff, ja. Und hier wollte ich auch ein bisschen runternehmen. Das war schon wieder. Ähm, ich werde mal schnell hier speichern. 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 Weil im Hintergrund sieht es schon wieder aus, als ob es sich gleich verabschiedet. Mal gucken, wie weit ich noch, ähm, machen kann. 5 Minuten. Oh nein, aber... Jetzt bin ich hier jetzt mal kurz zwischengespeichert. Habe es nicht verkehrt. Weil wenn es sich gleich wirklich wieder verabschieden sollte, habe ich wenigstens hier die ganzen Soldaten schon... rumgemuschelt, ne? Hier drüben. Und die Festung ist im Bau. Und die Beulernfeld verloren, ja. Oh, hier genau. Die Beulernfeld. Schöner Standort. Also endlich mal was Gutes gemacht hier. Hat er gut an einer guten Stelle gesucht. Und ich denke auch... Also, falls es sich jetzt nochmal verabschieden sollte demnächst, brauche ich nicht nochmal einen Winter. Aber... Das reicht. Das heißt, das... Beim besten wenn, ansonsten bin ich wirklich unfähig, wenn das nicht reichen sollte. Oh, hier wollte ich ja... Hm, hier wollte ich ja auch mal suchen. Okay, die laufen alle hier quer rüber. Und hier wollte ich doch auch mal suchen. Oh, Entschuldigung. Nicht an euch, an die Mietzekatze. Weil ich grad... Ähm... Ich hab grad meinen Fuß einfach nur ein bisschen nach hinten bewegt, weil ich mal Bewegung brauche. Also mal Beinstellung ein bisschen ändern. Und dabei hab ich grad ausschließlich einen kleinen Lenny getreten. Huch! Wo liegt der denn? Der liegt hier irgendwo unter dem Stuhl. Aber so komisch. Ist egal, was ich jetzt grad in meinen Füßen mache. Ich ihn ständig treffe. Jetzt, äh... Ich hab das, glaube ich, grad eine gute Position gefunden. Der Tod, der wird jetzt angekratzt. Mein Bett wird das verbraucht. Mir werden aber trotzdem gleich angekommen. Wir werden jetzt schon angegriffen. Ja, aber hier sind fast nur goldene drinnen. Ja, nur goldene drinnen, um da zu sein. Das sollte reichen. Wasser gefunden. Okay, hier drüben. Ich bin ja leider da oben weit. Hier wird noch mal eine Bauerei. Soll die da gleich fertig sein? Das ist okay. Haben wir da auch ne... ne Verbindung nach drüben? Können wir hier... Windmühle und... Windmühle und... Bäckerei. Ähm... noch ein bisschen. Bauernhof. 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 Zack. Was denn hier alles? Wasser. Okay. Hier. Hätte ich gerne behalten. Machen wir mal ganz vorne. Wir werden angegriffen. Ist okay. Durch dieses Gebäude Land verloren. Ähm... Ist schade um meine Festung, die hier am Bauern war. Aber ist okay. Und das ist halt so eine neue Festung. Naja, Versuch. So. Wasser gefunden. Ähm... Ja. Militärgebäude besetzt. Oh, das ist hier das. Okay. Ähm... Rüber damit. Hier. Zack. Hier. Zack. Dann hat's auch geklappt. Warum? Zack. Und? Wo ist jetzt das Problem? Weißt du wahrscheinlich selber nicht. Zum Plötzen. Ne. Zack. 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 Und dort. So. Ähm... Gelehrten. Ja, ich ignoriere jetzt erstmal die Hut-Hut-Nachrichten. Ganz kurz. Damit ich das hier noch fertig machen kann. Ähm... Hier wollte ich doch Bauernhöfe. Ein Bauernhof. Ein Bauernhof. So. Ah, verdammt. Ich dachte, ich bin da. Ich schaff's noch schnell genug. Okay. Dann wieder einmal eine kleine Unterbrechung. Und bis gleich macht's gut. Ciao! Tschau! Tschau! Untertitelung des ZDF, 2020